Das Loch ist alles andere als eine Freude. Eine Woche im Loch ist so lang wie ein Jahr. Stimmt, genau. Mr. Mozart hat mich begleitet. Durftest du denn den Plattenspieler mitnehmen? Ich hatte es hier drin. Und da drin. Das ist das Schöne an Musik. Sie können sie dir nicht nehmen. Habt ihr bei Musik nie sowas empfunden? Ich hab als junger Spund mal eine heiße Montharmonika geblasen. Später hatte ich dann kein Interesse mehr. Hier drin ist sowas sinnlos. Aber wieso? Gerade hier ist es sinnvoll. Man braucht Musik, um nicht zu vergessen. Man braucht Musik, um nicht zu vergessen. Man braucht Musik, um nicht zu vergessen. .» Ich bin der Mozart. Ich denke gleich. Das ist der Mozart, der sich begleitet. 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 Musik 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 Ich habe als junger Spund mal eine heiße Munta Monika geblasen. Später hatte ich dann kein Interesse mehr. Hier drin ist doch was sinnlos. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.